Jetzt Aktien kaufen und schon 2022 abkassieren? Wir haben uns für dich auf dem Markt umgeschaut und nach Aktien gesucht, die speziell in den nächsten drei, sechs oder neun Monaten besonders gut performen könnten und wo schon 2022 ein sattes Plus möglich ist. Welche Aktien das sind, warum diese das Potenzial für einen Ausbruch in den nächsten Monaten haben und meine persönliche Meinung zu den Unternehmen, all das erfährst du in diesem Video, also los geht's. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und auf dieses Video habe ich mich persönlich schon besonders gefreut, denn es beinhaltet Unternehmen und Aktien, die mich schon länger persönlich begleiten, mir aber zwischenzeitlich einfach zu teuer geworden sind und die nun durch eine Korrektur in den letzten Monaten endlich wieder richtig interessante Kaufkandidaten geworden sind. Ich bin schon gespannt, was du dazu sagst, also hinterlass mir unbedingt am Ende des Videos deine Meinung, in den Kommentaren dazu. Danke schon mal dafür und wie immer auch der kurze Dank an meinen persönlichen Lieblingsbroker Scalable Capital für die Unterstützung unseres Kanals. Dort findest du eine riesige Auswahl an ETFs und Aktien plus beliebte Kryptowährungen, welche allesamt bereits ab einem Euro handelbar sind und das im Sparplan sogar komplett gebührenfrei. Dazu dann noch über 375.000 Derivate und das Depot ist sowohl am Handy als auch am PC nutzbar. Überzeuge dich am besten selbst von den vielen Vorteilen dort über den Link unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zur ersten Aktie, welche die Renditen in den nächsten Monaten sprudeln lassen könnte. Und das ist eine Firma, die so fest verwurzelt im digitalen Bereich ist, dass sie kurzfristig eigentlich kaum ersetzbar ist. Ich spreche von Adobe Systems, die durch die Entwicklung des weltbekannten Dateiformats PDF wohl mittlerweile jeder kennt und wahrscheinlich sogar, zumindest diejenigen, die am PC sind, jeden Tag damit zu tun hat. Dabei kann Adobe als Konzern viel mehr und so verdienen sie ihr Geld mit insgesamt drei großen Geschäftsfeldern. Erstens dem Digital-Media-Bereich, mit dem digitale Inhalte von jedem Ort auf der Welt aus erstellt, bearbeitet und genutzt werden können. Von der Bildbearbeitung bis hin zur Videoerstellung bieten sie viele effektive Lösungen und das ortsunabhängig. Eines der bekanntesten Produkte aus dieser Sparte ist beispielsweise die Creative Suite mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop, dem Audiobearbeitungsprogramm Adobe Audition oder der Videoschnittsoftware Premiere, die wir ja auch für unsere Videos hier auf dem Kanal selber nutzen. Und auch wenn diese Software, das muss man zugeben, des Öfteren einfach mal abstürzt. Es gibt Treiberprobleme und andere Bugs. Sie ist nach wie vor aber im privaten und auch semiprofessionellen Bereich die meistgewählte Schnittsoftware. Der Adobe Acrobat Reader, außerdem noch zum Öffnen und Bearbeiten von PDF-Dateien, gehört natürlich ebenfalls in diese Konzernsparte. In ihrem zweiten Geschäftsfeld, dem Digital Marketing, befassen sie sich mit dem Thema digitale Werbung. Genau genommen vertreiben sie dort Programme und Serviceleistungen zur Erstellung, Vermarktung, Messung und Optimierung von digitaler Werbung, was ja an sich schon mal ein Milliardenmarkt ist. Dabei haben sie eine breite Spanne, eben von der Web-Analytik bis hin zur Online-Optimierung mit der Software Adobe Site Catalyst kann man nämlich beispielsweise als Unternehmen in Echtzeit Daten über Marketingkampagnen sammeln und so auswerten, dass sie die eigenen Werbeausgaben effizienter eingesetzt werden können und dadurch natürlich auch mehr Ertrag erzielt wird. Ergänzend kommt dann das dritte Geschäftsfeld mit dem Namen Print & Publishing hinzu, welches beispielsweise Produktlösung und Dienstleistung rund um das Thema E-Learning, Web-Applikation und Website-Verwaltung ermöglicht. Mit der Software Adobe Autorware kannst du beispielsweise interaktive Lerninhalte erstellen und diese dann Online-Schülern oder anderen Zielgruppen zur Verfügung stellen, ebenfalls ja einen Bereich, der jetzt gerade durch die letzten Monate Zuwachs bekommen hat und auch in den nächsten Jahren weiter wachsen kann. Zusammengefasst bietet das Unternehmen mittlerweile eine breite Produktpalette, ob nun für Privatpersonen, kleine Firmen oder auch Großkonzerne und ist eben nicht mehr nur zum Öffnen einer PDF-Datei zu gebrauchen, sondern bietet viele professionelle Lösungen. So wurde beispielsweise allein die Creative Cloud Apps von Adobe über 449 Millionen Mal mittlerweile runtergeladen und auch unter den sogenannten Kreativ-Profis wie beispielsweise Grafikdesignern und Videoproducern nutzen nach Angaben von Adobe über 90% von denen Photoshop für ihre Arbeit. Was macht aber die Aktie gerade jetzt zusätzlich so interessant? Schaut man sich allein mal den Chartverlauf der letzten 10 Jahre an, so kann man wohl bei einer Kursentwicklung von über 2500% ohne Zweifel von einer wahren Erfolgsgeschichte an der Börse sprechen. Nachdem die Aktie sich eine kurze Verschnaufpause von Juli 2020 bis Ende Mai 2021 gegönnt hat und rund um den Bereich bei 400 Euro je Aktie pendelte, setzte sie anschließend nach starken Quartalszahlen zu neuen Höchstständen an, die knapp drei Monate später bei rund 570 Euro je Aktie lagen. Wer also einen günstigen Einstiegspunkt bisher in den letzten Monat gesucht hat, der hatte es wohl nicht einfach. Doch nun könnte genau dieser Einstieg gekommen sein, denn in den letzten Wochen korrigierte der Markt die Bewertung. Generell war der September ja aus den bekannten Gründen wie Fett, Inflationsangst, steigende Anleihenzinsen, China, Chipknappheit und ähnliches ja wirklich unter Druck geraten, wobei Adobe deutlicher als der Rest korrigierte. Aber dieser Trend konnte nun etwas gebrochen werden und die Aktie stabilisierte sich in den letzten Oktobertagen. Ich persönlich sehe gerade in den nächsten kalten Wintermonaten, in denen die Menschen ja weltweit wieder weniger draußen sind und dafür mehr am Rechner und ihren Smartphones, sehr gute Chancen für eine Rückkehr in die Erfolgsspur bei Adobe. Die Quartalszahlen Q4 und auch Q1 2022 könnten nochmal positive Überraschungen bereithalten und den Kurs weiter beflügeln. Längerfristig betrachtet hat Adobe ohnehin starkes Wachstumspotenzial, den so oft zitierten Burggraben gegenüber Konkurrenz und sie sind einer der Profiteure von Digitalisierung, sowohl im privaten als auch geschäftlichen Bereich. Dazu kommen starke Geschäftszahlen und Entwicklungen derselbigen über Jahre hinweg. Sowohl Umsätze als auch operative Ergebnisse und besonders auch im Jahr 2020 das Ergebnis nach Steuern wurden stetig gesteigert. Außerdem kommt auch der Umweltaspekt bei ihnen zu tragen. So werden beispielsweise durch eine Million Adobe Sign Transaktionen, das ist so elektronische Unterschrift, unglaubliche 108 Millionen Liter Wasser gespart, 31.000 Bäume müssen nicht gefällt werden und es wird der Jahres-CO2-Ausstoß von umgerechnet 2.300 Autos eingespart. Wohlgemerkt mit einer Million Adobe Sign Transaktion. Adobe ist für mich persönlich ein absoluter Kaufkandidat, der aber natürlich dennoch wie jede Aktie am Markt einfach mal Risiko mit sich bringen kann. Also nicht einfach blind nachkaufen, weil ich es gesagt habe, sondern selber denken, alles was hier war, ist nur meine persönliche Meinung. Und bei der nächsten Aktie musste ich meine Meinung jetzt mal ändern, nämlich nachdem ich weiter und weiter recherchiert habe, denn mir war zwar klar, dass sie etwas von Corona profitieren konnte und es weltweit einfach eine Fanbase gibt, aber die Zahlen und das Unternehmen selbst kann mit so guten Zahlen aufwarten, dass der aktuelle Kurs meiner Meinung nach viel zu gering ist. Was ja in dem Fall gut für uns Anleger ist, wenn man eben noch einen Einstieg sucht. Neben den blendenden Fundamentaldaten kommen dann auch noch gute News ganz aktuell dazu. Es geht um den Konzern Nintendo. Jeder kennt wohl das Unternehmen und verbindet mit ihm schöne Erinnerungen und auch ich war als Kind ein großer Fan von dem einen oder anderen Spiel, denn eines ihrer ersten Erfindung, nämlich der Game Boy, hat mir meine Kindheit und die von vielen Millionen anderer Spielefans versüßt. Doch sie sind auch mittlerweile viel mehr und verfügen heutzutage über eine breit gefächerte Produktpalette. Durch den Verkauf von Lizenzen für Filme, unglaublich viel Merchandising und Spielzeug und mittlerweile eines der Zugpferde, alles rund um das Pokémon-Universum und dann natürlich auch noch ihre Spielekonsolen, wie beispielsweise der Nintendo 3DS oder die Wii, mit denen sie heute noch jung und alt begeistern. Dann, ganz an der Spitze, steht auch noch ihre nächste Spielekonsole, nämlich die Nintendo Switch und dort können sich die Verkaufszahlen richtig sehen lassen. Im letzten Jahr haben sie nämlich einen Rekord erzählt und ihre Konkurrenten Sony und Microsoft mal komplett in den Schatten gestellt. Im Jahr 2020 verkauften sie tatsächlich rund 28,2 Millionen Stück ihrer Switch-Konsole. Die PS5 im Vergleich brachte es dabei gerade mal auf 4,4 Millionen und die Xbox Series XS sogar nur in Anführungsstrichen auf 3 Millionen Stück, auch wenn die beiden natürlich etwas teurer sind. Schauen wir dazu noch auf die weltweiten Verkaufszahlen insgesamt von Spielekonsolen. So wurden im Jahr 2020 insgesamt 47,2 Millionen Konsolen verkauft. Nintendo konnte sich also mit der Switch schon mal die Hälfte des gesamten Marktanteils in dieser Sparte sichern, was wirklich beachtlich ist. Das letzte Jahr war also ein voller Erfolg für Nintendo und der Konzern konnte von Corona, wie erwähnt, profitieren. Und jede verkaufte Konsole sorgt ja wiederum in der Folge für weitere Spieleverkäufe danach. Das erfolgreichste Spiel aktuell ist dabei die Insel-Simulation Animal Crossing mit 21 Millionen verkauften Exemplaren. Das alles wirkt sich natürlich dementsprechend positiv auch auf die Geschäftszahlen aus. Und wenn man nun mal auf diese schaut, so sollte der Aktienkurs ja heute eigentlich deutlich höher sein. Aber dazu gleich noch etwas mehr. In der Grafik kannst du sehen, dass die Zahlen für das bereits abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 ein neues Rekordniveau erreicht haben. Der Umsatz wurde um rund ein Drittel gesteigert und der Gewinn sogar um 85 Prozent auf umgerechnet 3,6 Milliarden Euro. Sowohl die Nettoverkäufe hier in Rot als auch der Bruttogewinn Gelb und der operative Gewinn in Rosa wurden im Vergleich zu den Vorjahren nochmals ordentlich gesteigert. Und in den Vorjahren, das kannst du sehen, lief es ja auch schon mal anders andere als schlecht. Auch dort wuchsen die Bereiche sichtbar. Schaut man dann noch etwas tiefer in die Zahlen wie Eigenkapitalrendite, die EBIT-Marge oder den Cashflow, dann sieht man auch dort auf Jahre hintereinander positive Vorzeichen. Der Kurs müsste doch jetzt also durch die Decke gegangen sein, habe ich mich so bei der Recherche gefragt, beziehungsweise das war zumindest mein Gefühl. Und was soll ich dir sagen? Sieh bitte mal selbst. Nach drei Jahren stehen aktuell trotz dieser sehr guten Geschäftsanwicklung nur 30 Prozent zu Buche und das als einer der Corona-Profiteure. Im Einjahres-Chart wird es sogar richtig düster und nach dem Hoch bei 540 Euro je Aktie stehen wir heute am Drehtag bei knapp unter 400 Euro. Da reibe ich mir schon etwas verwundert die Augen, muss ich zugeben. Wenn ich das mit so manch anderem Unternehmen, deren Geschäftszahlen und den Kursen von denen an der Börse vergleiche, ist das schon merkwürdig. Klar, Nintendo hat angekündigt, dass sie nach diesem absoluten Rekordjahr vorher nun nicht ganz an die Zahlen rankommen werden. Und auch das neue Modell der Flaggschiff-Konsole Switch hat halt nur ein neues Display bekommen, was viele enttäuscht hat. Aber dafür einen Abschlag von 25 Prozent und mehr, das finde ich persönlich zu krass. Und das ist auch die Seite an der aktuellen Börsenwelt, die ich persönlich nicht mehr mag. Nur weil jemand nicht sofort wieder das nächste Hochrekord erreicht hat und das nach einem so außergewöhnlichen Jahr und einer vielleicht nicht revolutionären Neuentwicklung seiner wichtigsten Konsole gleich mal so einer Abstrafung, das ist schon verrückt. Und Cathie Wood von ARK ist dabei auch mit involviert. Sie ist ja ohnehin eine sehr polarisierende Börsenpersönlichkeit mit Fans, aber auch vielen Kritikern, die den Markt nicht gerade planbarer oder stabiler gemacht hat. Kurzerhand hat sie beispielsweise nach der Switch und den Ankündigungen der neuen Zahlen 4,7 Millionen Aktien von Nintendo in ein paar Tranchen auf den Markt geworfen, was den Kurs natürlich zusätzlich belastet hat. Dann kamen auch noch zwei, drei Analysten mit einer Herabstufung und das Dilemma rund um Nintendo bzw. dessen Kurs war perfekt. Naja, ich finde so etwas schade und übertrieben im Fall von einem so gestandenen Unternehmen wie eben Nintendo. Denn, und damit kommen wir zu den guten Potenzialen, sie haben kurzfristig einfach mal spannende Möglichkeiten. Die News, dass nach Jahren des Wartens im November 2021 zwei Pokémon-Teile als Remakes in moderner Aufmachung auf den Markt kommen und dann gleich hinterher am 28. Januar 2022 auch noch das Spiel Pokémon-Legenden Arceus, welches teilweise mit komplett neuen Pokémon aufwartet. Beide News sorgen ja bei jungen und auch Fans mittleren Alters für Aufregung und könnten Nintendo im kommenden Jahresendgeschäft und in den ersten Monaten 2022 richtig Geld einbringen. Außerdem haben sie im Bereich Streaming noch viel ungenutztes Potenzial. Schon heute gibt es 26 Millionen registrierte Nutzer laut Nintendo und das, obwohl dieser Bereich dort gefühlt noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Bei der PS5 beispielsweise gibt es ja schon die weltweit beliebte Netflix-App, worauf Fans bei Nintendo noch sehnlich warten. Aber Nintendo entdeckt den Online-Bereich immer mehr für sich, wie mit ihrer neuen Pokémon-TV-App für den neuen Nintendo Switch, mit der Fans unter anderem Serien und Specials der so beliebten Serie streamen können und das sogar kostenlos. Mit ihrem Streaming-Portal Nintendo Switch Online können außerdem die Kunden schon jetzt auf eine breite Masse an Online-Spielen zugreifen und auch Retro-Klassiker der früher so beliebten NES-Konsole des alten Nintendos und Retro-Spiele des Super Nintendo sind dort verfügbar. Das Management plant zudem eine Ergänzung des Portfolios mit Spielen aus der Zeit des Nintendo 64, da gibt es einige, die ich persönlich auch richtig cool fand, und sogar einige Sega-Inhalte. Damit sprechen sie vor allem nicht nur junges Publikum an, sondern auch das etwas, wenn man so sagen darf, ältere Publikum, die mit diesen Games ja meistens aufgewachsen sind und erhöhen so weiter ihren Kundenstamm. Mit Nintendo Switch Online schaffen sie vor allem auch wiederkehrende Einnahmen, denn die Mitgliedschaft ist natürlich nicht kostenlos und kann mal rund 20 Euro jährlich für eine einzelne Mitgliedschaft kosten. Mit dem MyNintendo Store verkaufen sie außerdem online unter anderem Spielzeug der beliebten Spielehelden wie Zelda, Super Mario und Co. Ebenso können für die Konsolen von Nintendo viele Features wie Schutzhüllen und Kartenhüllen dazugekauft werden, was ihren Absatz natürlich weiter steigern kann. Aber auch die Offline-Welt möchte Nintendo mit seinen Marken mehr nutzen, um Gewinne zu erzielen und verstärkt ebenfalls seine Bemühungen in richtigen Freizeitparks weiter. Ein Bereich, mit dem ja beispielsweise der Konzern Disney mit ihren Disneylands wirklich viel Geld verdient. Also, auch da gibt es Möglichkeiten für den Spiele- und Freizeitkonzern aus Japan. Ob das alles nun reichen wird, Nintendo auch langfristig und nachhaltig zu neuen Höhen zu verhelfen, das weiß ich persönlich natürlich nicht und die Herausforderungen werden nicht kleiner für den Konzern. Der heutige Chipmangel spielt natürlich auch hier ebenfalls eine Rolle, wenn es um die Befriedigung der Nachfrage geht. Aber ich glaube, in den nächsten sechs Monaten mit den Zahlen vom Weihnachtsgeschäft und in den folgenden Wochen danach kann Nintendo wieder in Richtung 500 Euro je Aktie oder vielleicht sogar noch mal etwas höher kommen. Aktuell haben sie ein wirklich günstiges KGV von gerade mal 13, sehr viel eigenes Geld für neue Entwicklungen im Konzern und nach wie vor ein paar der wertvollsten Lizenzen, wie eben Pokémon, Super Mario und Co. Mich würde es freuen, wenn Nintendo bald wieder oben steht. Das Zeug und die Zahlen dazu haben sie definitiv und deshalb kommen sie auch in unserem Video vor. Ich hoffe, es war das eine oder andere an Informationen für dich dabei. Schreib du uns doch mal wie erwähnt in die Kommentare, was hältst du von Adobe Systems und auch Nintendo kurzfristig und wo siehst du eventuell Gefahren vielleicht, aber auch weitere Potenziale. Sicherlich hilft das der Community, wenn wir viele Meinungen zusammenbekommen. Damit du auch in Zukunft weiterhin keines unserer Videos verpasst mit Aktienanalysen, Steuertipps und News aus der Finanzwelt, abonniere doch am besten gleich unseren Kanal und lass dem Video auch noch als kleine Unterstützung unserer Arbeit einen Daumen nach oben da. Beim letzten Video haben wir es nämlich fast geschafft. Ich glaube, die 1000 Daumen müssten wir mittlerweile haben oder sind kurz davor. Also helfe uns auch bitte wieder dabei und lass einen Daumen nach oben da. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video mit dir. Dein Finanzner und Simon. Gipsen abstehen. Jär enough da. Untertitelung. BR 2018